Das Flugzeug ist ein vollständiges Neuentwicklung, das ein motorisches Turbo-Prob-Trend-Flugzeug, das für ein breites Spektrum von Trainingsansätzen ausgelegt ist. Das Flugzeug ist bei der Pilotenschule nebenan in SIO im Einsatz. Der Pilatus PC-21 ist bezüglich Avionik und Systemtraining topmodern und ermöglicht ein Training, welches auf den früher eingesetzten Chanshu-Flugzeugen ist. Der Pilatus PC-21 ist ein sehr wichtiges Neuentwicklung, aber der Turbo-Prob-Prob-Trends liegt, die Laiht-Omerin-Chats-Ablein mit Kog. Der PC-21-E-Frame war erzeugt, um die aerodynamische Performance-Gap-Trends-Tradition von Turbo-Prob-Trends und mehr aufwendige Jet-Trends. Mit einem maximalen Level-Speed von 325 Nm und No-Altitude, the PC-21 pushes the low-level speed of performance of the Turbo-Prob-Trends from the area of the tunnel. Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Swiss Air Force is operating their EC-21 training aircraft for our Jet Pilot training school based in Emmen and Siu. Ich meine es oft antworten bestreitet mit dem Jet Pilotenausbildungssystem PC 21 neue Wege. The Piloten werden von der PC 21 direkt auf die F-18 hoch und umschulen. Die Ausbildung für einen Berufsmilitärpiloten dauert rund 5,5 Jahre. Die ersten 3,5 Jahre absolvieren die Pilotenanwärter einer Aviatikstudie mit integrierter Linienpilotenausbildung. Die eigentliche militärische Flugausbildung dauert weitere 2 Jahre und 45 Wochen nach dem TC21 stattfinden. Während diesen Ausbildungswochen werden Themen wie die Technische Umschulung, Ausbildung im Wolkenflug, Verwandtflug und Navigation Die Flügeigenschaften und die Systeme lehnen sich von modernen Jettrainer an. Die Kernschwung ist das moderne digitale Cockpit mit drei LCD-Bildschirmen und Head-Up-Display. Mit dem revolutionären Mission System ist das Flugzeug weit leistungsfähiger und flexibler als verhandene Reelsflugzeuge. Die PC21 wurde sowohl für die Behaltsis-Ausbildung wie auch für das fortgeschrittene Piloten-Training von Struiden. Ein Rollstiegelstrick-Frund-Tranning von der P12. Das ist gut, dass wir mit der P12. Die PC21 gibt die Swiss Air Force ein State-of-the-Arm-Tranning-System und will allow student-pilots to step up directly to the modern and powerful FAT. The PC21 combines certified civilian-IFR-capability and autopilot function with integrated avionics, mission system, datalink and in-flight simulation for tactical military training. Das ist gut, dass wir mit den L Achques abworfraut spielen конечно. Die PC21 basaliere integieren. Die PC22 emocionale Liege schlägt, dass ihr mit der PC1, b Koenig freundet. Das ist gut, dass ein paar Tage runter�enseitiert. Das ist gut, dass Sie mit dem L Sleepmillen furchtiert werden. Das ist gut, dass Sie mit der PC1 Eint Du Del Logan Coopermänsserieıyorsun Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.